Heftig die Bewegung beim DAX, heute morgen mit einem riesen Gap nach unten erstmal aufgemacht. Naja gut, riesen Gap ist natürlich immer relativ, insbesondere relativ, wenn der Kurs es so schnell danach wieder konsolidiert, wieder schließt sozusagen. Gap schließen also aktuell, eine sehr deutliche Aussage. Das, was gestern war, interessiert uns überhaupt nicht oder was heute Nacht passiert ist, interessiert uns überhaupt nicht. Die Stimmung ist weiterhin gut. Klar, es gibt einige Einzelverdächtige, die den Markt hier vielleicht getrieben haben durch Nachrichten. Wir sind in der Earnings Season, da spielt das sicherlich auch eine Rolle mit rein. Aber wir sehen, dass die Stimmung insgesamt nicht so schlecht ist. Zumindest mal nicht schlecht genug, um den Kurs nach unten zu drücken. Es ist gerade noch so eben gut gegangen. Warum? Wir haben uns doch letztens darüber unterhalten, dass der Kurs hier sicherlich ein Abprallerniveau hat. Wir wollen eigentlich nicht, dass es hier zu einer Überschneidung kommt. Jetzt kann man sich darüber streiten. Ja, wenn ich punktgenau gucke, ist es überschnitten. Ja, tatsächlich ist es so. Aber insgesamt kann man sicherlich noch sagen, okay, es ist zumindest mal noch gerade so gut gegangen, das Ganze hier, nämlich der Kurs, quasi mehr oder weniger überschneidungsfrei nach oben. Und das ist ja noch eine ganz gute Ansage, die wir jetzt hier haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass durch die Fett-Entscheidung immer so ein bisschen ein vielleicht so ein Auge zu drücken Bonus ist, weil die Bewegung dann vielleicht ein klein bisschen schneller eben oder stärker war, als das viele dann vermutet haben. Also gar nicht so schlechte Voraussetzungen beim DAX. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier mehr oder weniger so unterwegs sind. Und wir erinnern uns, fünffällig ist da durchaus ein klassisches Bild. Sagen wir mal gerade so eben noch überlappungsfrei. Und dementsprechend, wenn es jetzt als nächstes relativ wackelig runterkommt, was durchaus realistisch ist, wenn das tatsächlich passiert, hey, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass der Kurs als nächstes nochmal massiv nach oben geht, also auf jeden Fall noch Platz nach oben hat. Nämlich das, was wir hier vorne haben, anschließend dann nachher nochmal zu wiederholen, wäre nicht untypisch. Also keine so schlechten Voraussetzungen. Was ich jetzt nicht so gerne sehen möchte, sind natürlich Brüche von solchen Zwischentiefmarken, insbesondere wenn diese sehr dynamisch passieren. Also ich wäre noch einigermaßen verträglich, wenn das Ganze irgendwie in so einer Form aussieht, beispielsweise jetzt hier, dann würde man sagen, ja, das ist wohl eher korrektiv, das Ganze. Aber nehmen wir mal an, der fällt jetzt wie ein Stein. Und dann auch noch durch die Marke. Hm, ist es zumindest mal ein erstes Warnsignal dafür, dass dann doch nochmal deutlich mehr ist. Also das ist mal so ein Hinweisgeber. Also das Tief von heute Vormittag, heute Morgen noch, wäre ein Indiz dafür. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Im Gegenteil, solange die Bewegungen möglichst wackelig nach unten sind, A, B, C geht ebenfalls, haben wir eine ganz gute Chance, wenn er dann das triggert, das Zwischenhoch. Alternativ dann natürlich, ihr kennt das Prozedere, wenn das so aussieht, das Zwischenhoch, dass wir dann nochmal nach oben gehen. Wie groß darf der Rücksetzer generell aussehen? Auch da kann uns Fibonacci helfen. Tiefpunkt ist ja Ausgangspunkt dieses Anstieges. Der Hochpunkt, noch wissen wir nicht, im Moment müssen wir mal den hier nehmen, aber ich haue mal den Nagel in die Wand, nachdem das hier schon so halbwegs fünffällig aussieht. Komm, wir behaupten einfach mal. Das ist jetzt nur meine Annahme, aber nehmen wir mal an, das würde noch ein bisschen weiter steigen. Dann hätten wir vom tiefsten bis zum höchsten Punkt gemessen, so viel sowieso als klassisches Rücksetzerniveau zu erwarten. Das wäre also noch gar nicht schlimm, sondern das wäre super, insbesondere wenn das eben korrektiv ist, um dann die Fortsetzung zu handeln. Positives Bild, also aktuell beim DAX. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Ist es da ähnlich positiv? Und da muss ich sagen, ihr hört schon meine gequälte Ausdrucksform. Das, was wir hier sehen an Aufwärtsbewegung, es ist eine Aufwärtsbewegung, gar keine Frage, aber ist da deutlich korrektiver unterwegs. Wir sehen das, dass der Markt hier viel mehr mit dieser Hin- und Herbewegung beschäftigt ist und das ist etwas, was eher korrektiv anmutet. Das heißt, beim DAX, ja, würde ich ihm zu billigen, insbesondere, wie gesagt, wenn er diese wackelige Runterbewegung macht, das ist wichtig, das vergessen dann viele. Nö, ich bin einfach schon mal so long. Ja, erst long, wenn der Startschuss geht. Nicht vorher schon. Das ist bei Olympia immer ganz blöd, wenn der eine schon mal sagt, wieso, er hat doch gesagt, da vorne hinlaufen, ich bin schon mal los. Nee, nee, wir müssen schon warten, bis der Startschuss fällt und wie der aussieht, habe ich euch da eingezeichnet mit der Triggermarke. Beim Dow Jones sieht die Startbedingung erstmal nicht so gut aus, aber sagen wir mal, solange wir hier auch ebenfalls auf der Unterseite ja noch steigende Hochs haben, gibt es jetzt noch nicht so viel zu maulen. Allerdings, wenn ich mir diese Bewegung mal angucke, ja, also diese Marke, immer so dieses letzte Zwischentief, wobei, streng genommen, müsste er nochmal ein bisschen höher, dass wir ein neues Hoch haben. Denn wenn das das letzte Hoch ist, das das vorletzte, erst dann wird das zum Tief. Ja, im Zweifelsfall dieses hier als Trigger, das ist jetzt kein Riesenunterschied als Marke, das könnt ihr euch selber einzeichnen nochmal. Aber das wären so die Marken, wo ich sagen würde, okay, aufwärts noch nicht. Jetzt sagen viele natürlich, völlig nachvollziehbar. Ja gut, wenn der Kurs runterkommt, weiß ich, dass es nicht hochgeht. Das ist richtig, aber die Aussage ist, wenn wir da durchgehen, dann fällt auch nochmal dieses. Und wir sind ziemlich wahrscheinlich nochmal noch tiefer als diese Geschichte, vielleicht sogar, und das ist nicht ganz abwegig, kriegen wir dann sogar nochmal sowas und landen damit dann in den unteren Bereichen von 32.000. Es muss ja nicht exakt gleich sein, es kann ja sein, dass es ein bisschen höher ist, kann ein bisschen kürzer hier unten sein. Aber dann kommen wir eben an die Unterseite dieser grünen Marke und dann wird es langsam wirklich kritisch. Denn wir wissen, wenn wir diesen grünen Bereich nach unten verlassen, dann kippt der eine oder andere Kaufwillige dann doch auf, ich schließe schon mal oder spätestens dann, ich schließe nicht nur, sondern ich shorte vielleicht sogar hier in den Markt und nehme mal die Abwärtsseite ein bisschen mit. Also wir sehen, die Gefahr ist noch nicht gänzlich gebannt, aber wir haben jetzt so ungefähr eine Idee, an welchen Marken wir uns orientieren können. Für diejenigen, die jetzt sagen, wieso steigt er, was will er denn? Ja, solange es wackelig runtergeht, ihr seht das hier, solange es so dieses ABC runtergeht, vorher steil hoch und so weiter, hat man eher die Trendrichtung, dass es nochmal nach oben geht. Wie weit auch immer erstmal, aber dass es dann aufwärts ist. Also sprich, kriegen wir jetzt hier sowas vielleicht in den nächsten Stunden, ja, können wir hier auch noch long gehen. Also da ist noch nichts verloren in der Richtung. Aber wichtig ist, er soll es uns dann auch wirklich zeigen. Also vorauseilend hier zu sagen, ach, das geht bestimmt gut, ist da sehr, sehr gefährlich. Dann kommen wir zum S&P, da sehe ich zum Beispiel gerade eine Geschichte, die ist fies, die ist doof, weil hier haben wir eigentlich so das, was ich doch immer erzähle. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass wir das hier mal live haben. Das ist doch super. Und das ist die Indikation, also es ist kein Beweis, aber die Indikation, wir sind tiefer als dieses Tief, dass der Kurs hier nach unten geht. Ja, das ist es tatsächlich, aber ihr seht, das klappt nicht immer. Mir ist das ganz, ganz wichtig, weil viele tatsächlich glauben, wieso, das ist aber Mist, das hier ist nicht gut gegangen, da siehst du mal, funktioniert nicht. Die Krönung dieser Idee ist nicht, dass wir immer richtig liegen. Die Krönung ist die, dass sie uns in der Regel mehr Gewinne gibt, als sie Verluste fordert. Das heißt, die Trefferquote ist vielleicht übersichtlich. Sie ist leicht zu unseren Gunsten, aber eben zusätzlich mit dem CRV, Chance-Risiko-Verhältnis, da gehe ich jetzt in diesem Video nicht ganz konkret drauf ein. Dafür mache ich ja immer wieder das in längeren und umfangreicheren Videobeiträgen. Ihr kennt das ja. Da erkläre ich das. Also diese Kombination natürlich, die ist nachher dann auch nochmal extrem wichtig. Aber das sind so Marken. Das heißt, hier hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das idealerweise vorstelle. Klassischerweise dann ist zum Beispiel dann auf ungefähr dieser Höhe mein Stopp, also die 78er-Marke. Von hier zum Einstieg gemessen, dann die 78er-Marke, vielleicht ein bisschen höher sogar, müsste man selber ausrechnen. Sie sind gerade ausgestoppt worden. Wer ein bisschen Erfahrung hat, kann natürlich auch schon vorher da rausgehen, wenn der Markt so nach oben geht. Wäre der Markt so nach oben gegangen, hätte ich gesagt, naja, kann ja noch korrektiv sein, aber wenn es steil nach oben geht, ja, was erwarte ich, dass wir eine Korrektur kriegen und noch weiter hoch, bringt mich also auf keinen Fall auf die Short-Seite. Also je steiler und fünfwelliger das ist, desto eher kann ich dann auch sagen, ja gut, dann kann ich auch vorher da schon rausgehen aus dieser Geschichte. Einige Profis, die schon ein bisschen weiter sind, sehen sogar, dass wir von da nach da dreiwellig sind. Das heißt, spätestens nachdem wir da drüber sind, ist sowieso eigentlich die Long-Seite schon erstmal nicht mehr so richtig die Bevorzugte, denn eigentlich müsste die Abwärtsseite ja fünfwellig oder wenn das schon nicht ist, einwellig sein. Also wenn man es nicht richtig erkennen kann, ist gut. Dreiwellig ist eigentlich typischerweise etwas, was eher dem korrektiven Bild zugeordnet werden kann. Insgesamt ist das trotzdem allerdings noch nicht wirklich die Erlösung für die bullische Seite, denn das Grobprinzip hier, dass das dreiwellig war, ist ja nachher noch da. Also ich würde immer noch sagen, haltet das mal im Auge, was der Kurs an dieser Stelle macht, ob er da nicht abprallt. Wenn euch das noch gar nicht bekannt vorkommt, guckt euch mal den Gold, na, fangen wir erstmal mit Euro an. Das ist ziemlich genau das, wenn wir hier so hoch wackeln, in diesem Bereich da oben, Oberseite Trendkanal, Symmetrien kann man damit rechnen. Auch das sah auf dem Weg nach oben, ja, es ist nach oben, aber insgesamt doch sehr, sehr wackelig und korrektiv aus. Das spricht sehr, sehr für ein Drehen dieser Richtung. Und das Ganze geht auch natürlich bei Gold. Da haben wir eine ähnliche Situation gehabt. Hier wackelig nach oben in diesem Bereich. Ich habe es ja in den Wochenendvideos immer wieder gebracht. Da müsst ihr immer so aufpassen. Das ist nicht, dass das immer so passiert. Dass das jetzt hier so passiert, ist in gewisser Weise auch ein gewisser Zufall. Aber es ist halt typisch, dass es an diesen Marken passiert. Das heißt, ich gucke mir das an diesen Marken an und wenn der Markt natürlich in diesem Umfeld hier an so einer Marke steckt und dann auch noch Fettentscheidungen sind, ja, dann ist das, sagen wir mal, mindestens begünstigend. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber es ist begünstigend. Ihr seht also dieser Zusammenhang, starke Abwärtsbewegung und dann dieses Wackelig in dem Trendkanal in diesen oberen Bereich begünstigt so einen Dreh. Das ist die Idee, die ich hier jetzt dahinter habe, dass wenn der Kurs jetzt hier irgendwie da oben hinkommt, aufpassen, da genau hingucken, ob der Kurs dann wirklich mit Stärke weitergeht oder von mir aus nur wackelig runterkommt und dann so oder ob er nicht stark runter und in irgendeiner Form wackelig nach oben, dann ähnlich wie Gold und beim Euro gegen US-Dollar beispielsweise wäre dann die Abwärtsseite nicht unrelevant. Wir haben ja schon drüber gesprochen, eigentlich finden wir es sowieso cool, 3.900, 3.800 wäre jetzt gar nicht so abwegig. Mal gucken, ob wir das erreichen, hier als Zielmarke im Hinterkopf auf jeden Fall. Das gleiche gilt auch nochmal für den Nasdaq. Wenn ihr euch jetzt wundert, hier haben wir mal so ein bisschen Timing-Momente, demnach geht es vielleicht sogar noch ein paar Tage erst nochmal runter und irgendwann Anfang Februar haben wir dann eine Zwischentieflösung oder eine endgültige Tieflösung. Also das wäre nochmal etwas, was wir uns da mal herausgearbeitet haben, hier als eine Überlegung, ich habe es mal dringelassen jetzt hier, wen es verwirrt, einfach nicht hingucken. Die Idee nach wie vor, dass diese Aufwärtsseite eher wohl noch eine Korrektivbewegung ist, halte ich für sehr, sehr realistisch und es anschließend eben nochmal einmal nach unten geht. Auch wenn ich, gleiches gilt hier, S&P und Nasdaq ist hier quasi das gleiche Bild. Dieser Trigger ist gegessen hier. Also wer da rein ist, hat es nicht grundsätzlich falsch gemacht. Also nicht wundern, häufig wird dann gesagt, ja guck mal, da habe ich Fehler gemacht, da bin ich hier Short gegangen. Nee, ist kein Fehler. Das ist eigentlich das Gold richtig. Ja, aber ist negativ gewesen. Ja, aber die Qualität ist ja nicht die Zukunft zu lesen, sondern die Qualität ist, die etwas besseren Situationen zu handeln und dann halt hin und wieder einen Verlust zu erleiden, aber eher häufiger den etwas größeren Gewinn mitzunehmen. Also ganz, ganz wichtig. Also wer da an der Stelle Short gegangen ist, hat in dem Fall zwar schade jetzt einen Verlust-Trade möglicherweise am Bein, das soll und darf uns als Händler aber nicht stören, denn es ist eigentlich fachlich total sauber, die Argumentation und dementsprechend durchaus machbar. Vielleicht noch schöner ist es natürlich, wenn man eine Bewegung hat wie hier, dass man sagt, okay, wir haben hier eine starke Abwärtsbewegung, jetzt haben wir hier das Ganze, dann kann man natürlich hier schon Short gegangen sein, was uns auch letztlich nicht gerettet hat, aber dann natürlich besser als hier unten, also auf diesem Niveau reingegangen zu sein, den Stop schon mal verjüngt, das heißt, der Verlust war weniger groß und der Gewinn wäre ja auch noch mal um dieses Teilstück hier, diese Differenz mehr bis da unten irgendwo, als wenn wir hier unten reingegangen sind. Also ihr seht, auch da spielen so was wie CRVs und so was eine große Rolle. So, das ist aber eine andere Geschichte, ich will es nicht zu theoretisch machen an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt erstmal toi, 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 guckt mal auf die Märkte ein bisschen unter diesen Gesichtspunkten, denkt immer dran, solange der Kurs jetzt wackelig runter geht und dann vorher zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5 jetzt wackelig runter kommt, dann bin ich der Erste, der sagt, komm, da kann man nochmal einen Long machen. Ja, wir haben ja eh gesagt, ein bisschen höher geht es da ja durchaus, ihr könnt das auch sauberer zeichnen, einfach einen Trendkanal beispielsweise, dann habt ihr so eine Grobidee, wo das Ganze landen kann, das ist jetzt keine Garantie, dass es exakt in diesem Bereich dann ist, aber das wäre dann zumindest so mal eine grobe Zielrichtung, wohin man gucken kann, also vielleicht das, dann kommt hier jetzt gerade die Korrektur, das ist das, was wir hier sehen und dann der Teil nochmal, wenn ich ihn greifen kann, ich kriege ihn nicht gegriffen, aber ihr könnt es euch ausmalen hier, das Ganze hier nochmal, dann kommen wir vielleicht da hinten sogar hin und wenn wir uns erinnern, dann ist es aber doch dreiwellig, ja, waren wir hier vorne ja auch, wir hatten ja drüber gesprochen, das heißt, Double Zegzeg vorne dreiwellig, dann in der Mitte eine Korrektur, hinten dreiwellig, Double Zegzeg, wunderschöne Korrektur und dann abwärts wäre typisch, also in dieser Zone, ganz grob in dem Bereich, ihr seht hier die Werte und könnt es ja selber auch nochmal zu Hause mitzeichnen, da müssen wir genau drauf gucken, denn da wird dann entschieden, ob der Bulle doch nochmal durchkommt oder ob es erstmal ein bärisches Bild bleibt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.